Und ich bin wieder beim Boss! Yeah! Und dieses Mal mit zwei Blumen! Und das leckt immer leicht drinnen. Mal schauen, vielleicht läuft es jetzt ja besser. Und die kann ich runter schubsen lassen? Ah ja richtig, die konnte ich da runter lassen und dann... ...hat die den auch verwundet, oder? Schwer! Ist alles mal in Feuerberlin nicht verwunden, das wäre ja schön! Ach komm! Was ist denn das? Muss ich an einer bestimmten Stelle treffen, oder was? Schön mittig, ne? Ach ja! Und drauf! Und jawoll! So schneller, so richtig schnell! Aber ich zeig's dir dieses Mal scheiße! Hoffe ich! Möglicherweise! Vielleicht! Man merkt, ich bin davon überzeugt! Verdammt! Und ich hab ihn getraut! Ich hab ihn getraut! Oh, der wird noch schneller! Ja! Vielleicht muss er da noch schneller? Muss er da noch schneller, oder was? Oh nein! Oh nein! Immer noch ein Tod! Oh! Er wird noch schneller! Genau was ich brauche! Ulla! Nicht in den Stab! Noch! Oh nein! Ist doch fast nicht mal zu treffen! Ihr spinnt! Hopp jetzt aber! Was?! Bist du mich verarschen?! Schnell kann ich denn noch werden?! Jetzt! Jetzt! Stirb! Nein! Was zur... Er wird halt noch schneller, oder? Jetzt aber jetzt! Was?! Oh nein! Ich brauche mal ne Ersatzblume! Jetzt stirb endlich! Ulla! Oh nein! Oh nein! Oh! Verdammt war das Ding schnell! Letzte Welt! Let... Greilz! Greilz! Mich durch! Bin ich durch! Komm zusammen! Ich bin durch! Ja! Endlich! Oh, Schatz! Durch! Ich bin durch! Yeah! Nach nur... Keine Ahnung... 20 Videos oder so? 25? Holger Fey! Jumale! Ui! Ja! Gut! Was gibt's zu sagen? Das war mein erstes Let's Play! Von... Super Mario Chronicles! Wird den Max auf jeden Fall weitere machen! Hehehe! Auch wenn's sich wahrscheinlich kaum jemand anguckt! Aber egal! Ah! Was genau ich noch so machen wäre? Weiß ich nicht! Auf jeden Fall! Kein Schamran des nächstes! Das weiß ich jetzt schon! Denn ich kann sie einfach nicht! Ich kann sie einfach nicht! Nein! Das überlasse ich jetzt lieber Leuten die das können! In Summe irgendwas anderes! Irgendwas was schön einfach ist! Und... Ganz viel Leute! Ach nein! Das sind bloß die Aufgaben! Ja! Was gibt's noch zu sagen? Wollen wir fest zuschauen! Wenn jemand zugeschaut hat! Können nicht allzu viele gewesen sein! Ja! Und das sieht sich das nächste Mal! Auf Wiedersehen!